Ich glaube, dass der Pongauer Derby unentschieden ausgeht. 1-1. 2-1 für St. Johan ausgewehrt. 2-1 für PSK. 2-1 für St. Johan, glaube ich. 2-1 St. Johan. 3-1 für St. Johan. 2-2. Der Großteil der knapp 1000 angereisten Zuschauer sieht also St. Johan als Favorit in diesem Pongauer Derby in der Regionalliga West. Und es ist auch St. Johan, die den besseren Start erwischen. Freistoß Milan Sretschko. Und im Nachfassen kann Fritz Kühleitner die Situation klären. Kurz darauf ist es Benjamin Acibade im Dresd der St. Johan, der knapp verzieht. Es dauert mehr als 20 Minuten, bis der PSK das erste Mal gefährlich vor das Tor der Gäste kommt. Veit Ismaili mit der Flanke in den Strafraum. Goran Antonovic kann sich gegen zwei St. Johaner durchsetzen. Aber eine tolle Parade des St. Johaner Schlussmanns, Dominik Waltl, verhindert das 1-0 der Hausherren. In Minute 27 gab es dann nach dieser völlig unnötigen Rüden-Attacke gelb für den Bischofshofner Kapitän. Die letzte nennenswerte Aktion haben dann wieder die Gäste aus St. Johan. Milan Sretschko mit dem Freistoß. Und Fritz Kühleitner kann den Ball noch zur Ecke abwehren. Es bleibt zur Pause beim doch etwas enttäuschenden 0 zu 0. Karta Büro- und Kopiertechnik, Kassensysteme, Scanner, Drucker, Kopierer. Ihr Bürotechnik-Spezialist im Bundesland Salzburg. In Minute 61 Eckball für den TSV St. Johan. Marco Grühl legt sich den Ball zurecht. Und Duska Sakkan steht goldrichtig und erzielt das 0 zu 1. Riesenjubel natürlich bei den Spielern und bei Trainer Ernst Lottermoser. Neun Minuten später ist es wieder eine Standardsituation, die Gefahr für die BSK-Abwehr bringt. Milan Sretschko diesmal von rechts und Benjamin Acibade per Kopf zum 0 zu 2. Sein zweiter Treffer in der laufenden Meisterschaft und sicher ein ganz besonderer im Derby gegen Bischofshofen. Da hat die Abwehr von Bischofshofen völlig auf den Top-Stürmer von St. Johan vergessen. Keine Chance für Fritz Kühleitner. Das 0 zu 2 ist wohl schon die Entscheidung in diesem Spiel, aber die Gäste wollen jetzt noch mehr. Weiter Abschlag von Dominik Waltl. Armin Druber verlängert zu Marco Grühl. Der sprintet in den Strafraum. Und auch wenn der Pfiff des Unparteiischen etwas spät kommt, klarer Elfmeter für die Gäste. Ein klarer Strafstoß für den TSV. Alexander Pöllhuber kommt etwas zu spät und holt Marco Grühl von den Beinen. Der gefaulte Spieler schießt auch selbst und lässt sich diese Chance nicht nehmen. 0 zu 3 für den TSV St. Johan. Auch sein zweiter Treffer in der noch jungen Meisterschaft. Das 0 zu 3 ist auch der völlig verdiente Endstand im ersten Ponga-Derby zwischen Bischofshofen und St. Johan nach über 10 Jahren. Ja, ich darf den St. Johan und vor allem den Trainer Ernst Lothar Moser herzlich gratulieren zum verdienten Sieg. Man hat unsere Schwächen beinhart aufzogen können, nämlich bei Standardsituationen und bei Luftkämpfen. Wir sind einfach im Kopfball-Duell nicht gut genug und das hat der Gegner super ausgenutzt. Ja, es war ein super Spiel von der gesamten Mannschaft. Wir sind super Wecker gestartet. Wir haben gleich von Anfang an gesehen, dass wir einfach da mehr wollen. Und haben Bischofshofen gleich von den ersten paar Sekunden reingedruckt und haben eigentlich nur eine wirkliche Halbchance zulassen von Bischofshofen. Und während über das ganze Spiel waren wir einfach eine klare bessere Mannschaft. Und ich glaube, dass wir in dieser Höhe auch verdient gefangen haben.